Musik Trainer, du forderst uns immer auf, die Wirbelsäule gerade zu halten. Warum? Die Wirbelsäule hat 33 Wirbel. Das größte Risiko für diese Wirbel ist Bewegungsmangel und langes Sitzen. Eine krumme Sitzhaltung ist Ursache vieler Schmerzen. Im Kopf, im Nacken, in den Schultern, den Armen, im Magen, im Kreuz und in den Beinen. Um diese Schmerzen zu vermeiden, sollst du immer aufrecht sitzen. Aber das aufrechte Sitzen bringt dir noch weitere Vorteile. Du steigerst so deine Konzentrationsfähigkeit. Du sollst dich immer gut konzentrieren können. Also fördere die Konzentrationskraft in dir. Eine gerade Wirbelsäule ist eine wesentliche körperliche Voraussetzung. Dein gesamter Körper strotzt nur so vor Energie. Durch richtige Atemübungen, bestehend aus Einatmen, Ausatmen und Kontrolle des Atems, hilfst du der Energie durch den Körper zu fließen. Wenn der Atem unter Kontrolle ist, steigt die Energie aufwärts und sucht nach Luft. Die Energie ist dann wie ein Wind, der hochsteigt, indem er um die Wirbel herum geht. Damit diese nach oben steigen kann, sitze aufrecht. Dies unterstützt und trainiert die Entwicklung deines Erinnerungsvermögens und die Konzentrationsfähigkeit, welche du nicht nur in der Schule, sondern auch auf dem Weg zur Weltklasse dringend benötigst. Sitz ab heute immer aufrecht. So steigerst du zusätzlich sogar noch mit angemessenem Sitzen deine Disziplin.